Ja, für mich geht es jetzt in einen ausgedehnten Urlaub. Ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf. Jetzt drei Monate ab ins Ausland. Okay, ich gebe es zu. Ich entfliehe den deutschen Winter. Ich habe einfach die Nase voll und freue mich jetzt auf warme Temperaturen. Krass, dass du aber auch schon abhaust. Naja, du musst dir auf jeden Fall ein Bad wachsen lassen. Warum? So, als Dschungelarzt. Das ist doch cool. Ich arbeite in der Stadt. Ich werde auf jeden Fall meine Follower mitnehmen und die mit schönem Urlaubscontent versorgen. Und ja, hoffe, dass ich dann bei dem einen oder anderen Urlaubsgefühle auslösen kann. Pass auf, sonst kommen wir dich alle besuchen. Naja, schön am Strand. Chillen mit einem Cocktail und gegrillter Vogelspinne. Oh, nee. Dr. Philipp Höfer geht für eine Hilfsorganisation ins Ausland, um Menschenleben zu retten. Ich freue mich sehr auf die Geschichte und denke, dass er da ganz viele spannende Eindrücke mitnehmen wird, die wir dann in drei Monaten oder vier Monaten bei RTL sehen werden. Ich muss jetzt los, mein Taxi ist gleich da. Warte, ich komme. Nein, Emily, bitte stress dich nicht. Ich weiß, dass du an mich denkst. Pass auf dich auf, ja? Das werde ich. Das ist das Schöne bei Gute Zeiten, Schwäche Zeiten. Es gibt immer spannende Geschichten. Und auch für Philipp wird es dieses Jahr noch sehr spannend. Deswegen können sich alle Zuschauer freuen. Meld dich, hörst du? Das mache ich. Und keine Sorge, ich werde viel posten. Ich habe dich lieb. Du mich auch. Hey, euch hat das Video gefallen? Sehr gut. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken. Und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Bis dann. Ach so. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Klicken.